Was geht Leute? Salamu alaikum Wir sind heute wieder hier mit einem neuen Video und heute sind wir wieder mal zurück in VR und ich werde wieder meine alte Mikrofon benutzen weil ich glaube Leute wollen das wieder hören oder so Keine Ahnung Bruder Ich werde heute versuchen Resident Evil 7 in VR zu zocken Es wird ein bisschen klarer sein, aber mal sehen was passiert Cousin Und bevor ich vergesse, mein Onkel wollte dass ich das mache Ich grüße von hier, Ella und Melek Salamu alaikum Also, ich würde sagen, lass direkt Rücken rüpfen Cousin So, wir sind jetzt drinnen, es sieht ein bisschen Dings aus, Chara aus Geben, neues Spiel Salamu alaikum Wow Hey Baby Stabile Hände, das Blut Kann ich das nicht skippen? Wallah, das juckt mich gerade Null Ich küsse doch dein Herz, Yazele mir Aha, was seid nicht hinter mir? Stabil, gar nichts Aha, ich muss meine Pornos löschen Komm Der lebt, der lebt Such mich nicht Okay, das war's, dann danke fürs Zuschauen Wir suchen gar nichts, wir spielen gar nichts Ciao Wallah, nach so einer langer Zeit, Bruder Ich würde nicht mal suchen, Bruder, ganz ehrlich Ich weiß, ich weiß, aber was? Ja nicht, Bruder Wallah, nein, aha Stabile Grafik, Playstation 2, Yazelemi Machst du aus dem nüchsten Wurde? Hast du doch den Baum reingedient? Oha, was ist das für eine Kupplung? Ist da überhaupt eine Kupplung im Auto? Ich sehe das nicht Salamu Aleikum Was geht, Leute? Ich... Aha, da ist unser Haus Spielhinweise ansehen Ach, Digga, scheiß auf das, Wallah Wallah, bah Bruder, wer lebt hier? Aber, muss schon sagen Schöne Haus, aber, äh Nicht so meins, Yane Schöne Hausjokse, Wallah Die wollen nicht, dass wir reinkommen Oder die wollen nicht, was da drinnen ist, rauskommt Egal, scheiß drauf Äh, wir sind von da gekommen, oder? Okay, von hier Gib ihn, warte mal Ich kenn doch diesen Wann von irgendwo Es kommt mir voll bekannt vor Mach auf Wallah, das ist dieser Wann So, hier ist immer so ein Typ Da ist die Kameramann Hier ist der Fahrer Die, die, die gehen so zur Straße Finden eine Frau Und dann... Ah, guck, da ist sogar eine Frau Ist das eine Frau? Keine Ahnung Accept her gift Nimm ihre Gabe an Wallah, nein Wallah, nein Wallah, ich höre irgendwelche Geräusche Machen wir nicht diese Filme kurz Ihhhh Ah, nein, nein Ah, wie geil Wann, 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 wann Aha Aha Tamam Alles klar Alles klar Alles klar Alles gut Also, Bruder, das in VR zu spielen ist Echt andere Liga, Bruder Muss man schon sagen Hier sind safe irgendwelche Krokodilen Wildene Kerle oder so Ha, Mann Wartiger, wildene Kerle war der shit damals Wallah Immer so, Fernseher aufgemacht Dies, das und dann Gib ihn, Bruder Buhlelein Baaah, digga Was ist das? Digga Schön Geil Geil Bruder Was such ich hier eigentlich? Ganz ehrlich Hadi Okay, komm Allah Hab ich gerade echt gehöft? Egal Scheinst drauf Bruder, das ist neu Okay Da kommen Dinge raus Das ist neu Das ist neu passiert Ist das unsere Frau? Ja Oh Tür ist offen, die erwarten mich Ciao Muss ich jetzt ehrlich hier rein, Bruder? Ah, nein, nein Abo Hallo Hallo Mach mal die Tür auf Mach mal die Tür auf Weißt du was du machst, Cousin? Warte 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 Da war echt eine Tür Ich hab kurz Herzinfarkt bekommen Ich dachte ich bin echt hier, Digga Alles klar, okay Älteres Haus sieht echt alt aus, Bruder Okay Hallo Wallah, mach mir nicht diese Filme Wallah, billah, mach mir nicht diese Filme Geht nicht auf Wenn ihr Bock auf mehr VR Content habt, sagt Bescheid Ich hab gute Spiele Wallah, ich kann, ich kann Taekwondo ja Salami Ich geb dir so einen Kick ne So Wallah, gib ihn Keine Reaktion Ah, man kann hier speichern Alles gut Okay, man muss da rein Ja Hallo, assalamu alaikum Ah, sehr schön Jemand wird da auf jeden Fall vergeteilt Gib ihn Ey Bruder Wallah Hä, was mach ich jetzt? Ah Sehr schön Mach mal auf hier Salami Geh mal da rein Oh Iiiiih Abratenestokarma Gut Da will ich auf jeden Fall nicht rein Allah, digga Allah Ich hab Ich hab das an meinen Eiern gefühlt, digga Ich hab das an meinen Eiern gefühlt, ja Salami Wo sind wir jetzt gelandet hier? Wallah, ich komm mal Taekwondo Ich geb dir so einen Kick, ja Salami So Okay, du siehst es nicht mal kommen, lan Allah, digga Alles klar Alles klar Kann man nicht schwimmen Ah, nein, nicht Hey Mach mir nicht diese Filme, okay? Direkt gebe ich Direkt Ohne Gnade 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Abijim, kannst du mich bitte abholen? Hallo? Hallo? Wollt ihr mich verarschen, digga, da ist jemand Ähm, will ich da rein? Jetzt warte mal Ich will da nicht rein Ich will da ehrlich nicht rein Digga, da ist etwas Ich hör das Guck Ohne Gnade Ich hör das Ich hör das Ich hör das Ohne Gnade Ohne Gnade Ohne Gnade Ohne Gnade Ohne Gnade Wollt ihr hier? Ohne Gnade Das tut leider Ohne Gnade Ohne Gnade Gnade Ich will hier, oder? Oh Gott, Digga. Hallo? Habibi, wo ist die Messer hin? Ich will die Messer. Alles gut. Einfach für nix gekommen. Und es regnet jetzt auch noch. Geil. Einfach für nix gekommen. Stark. Ich kann das benutzen, ne? Ja, erste Hilfe. Gib ihn. Gib ihn, gib ihm. Ist auch geschlossen. Macht keinen Sinn. Der ist auch geschlossen. Ey. OOHAA OOHAA Tamam Iron Man TAMAM OOHAA Halo halo Axxxxxxn Kom Kom Soktumun Aaaaah Senin avradını Aaaah Ah, Mann! Nein! Schick! Allah! Hey Bruder, ich küsse doch dein Herz, ja? Hä? Handy klingelt. Habibi, du wolltest es so, was soll ich machen? Was habe ich dafür gemacht, dass du so geworden bist? Okay. Ja, hallo, hier spricht der Polizei. Okay. Dankeschön für deine Hilfe, Frau Zoe. Wie? Ich küsse doch dein... Ähm, ähm, Tür? Hallo? Und sie ist weg. Egal, Axt ist noch da. Gib ihm, Axt ist da. Mir ist weg. Egal, Bruder, wir haben Axt. Scheiß drauf. Juckt nicht. Perfekt, sie ist hier irgendwo. Guck mal, da ist Treppe, ich zieh's. Ah, wir haben diese Ding jetzt, man kann jetzt da öffnen. Alles klar, kann man. Was passiert hier? Gib ihm. Halt mal, Axt! Halt mal, Axt! Halt mal, Axt! Halt mal, Axt! Das alles macht keinen Sinn mehr. Habibi, ich habe auf deinen Hals BAM gemacht. BAM! Wie geht das, dass du immer noch... Wie geht das, dass du immer noch hier so rumläufst wie ein Kelp, Salami? Hey, bitte! Nein, was ist da? Was hast du dahin? Die hat Messer. Wallahi, die hat Messer. Aha, das ist kein Messer. Dass du nicht tun darfst. Ja, lag, lag. Hallo. Hallo. Was machst du? Raus, raus, raus. Was macht die Mutter? Ah, ah, Zandelle. Mama, raus. Hallo. Kettensäge. Hallo, hallo. Nimm doch raus, Digga. Hallo, hallo. Hallo. Digga. Stark, stark. Digga, die hat meine Hand abgeschnitten. Was ist das, Mörg? Ey, bitte. Ach, lass mal speichern, Digga. Digga, einfach Hand weg. Dachboden, gib ihn. Aha. Wallahi, Knarre. Ich kann kein Schick-Schick machen, geht nicht. Wallahi, Gott sei Dank, wenn jetzt jemand kommt, Digga, pah. Kann ich den Kopf von denen kaputt machen? Wallahi, geht. Wallahi, wenn da irgendjemand kommt. Gratatata. Gratatata. Ja, Salami. Gratatata. Ah, ich habe mir noch eine. Bak, Fynn, bau, 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 bau. Alle drei für einmal. Gib ihm, okay, gib ihm. Hallo. Was soll ich da? Hallo. Geh wieder runter, 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 geh wieder runter. Salamunarich. Allah. Ah, ist weg. Salamunarich. Ah, f***a. Ah, f***a. Rehn. Rehn. Nein, f***a. Rehn, 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 rehn. Erste, 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 erste. Erste, erste, erste. Nein, nein. Schnell. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Yallah, yallah. Ah. Ich wollte den Dribbeln, geht nicht. Ah, ah, ah. Koy, du mein. Mein Amt sind da. Komm, reicht. Ah, boah. Bütün Evi yihaacak. Schöp, schöp, schöp. Aha. Mö, koy, du mein. Jetzt. Ich hasse dich, Jelzelemi. Diesen Mann auch nicht tot. Nimm das. Schön, schön, schön. Schön in deine Wunde. Ja gut, was machen wir jetzt? Hallo? Hallo? Oh, nein. Ähm, ja. Das ist schön. Ne? Okay, tamam. Die trägt einfach irgendetwas. Gut. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Salam aleikum. Ja, mein... Die hat einfach meine Hand genommen und wieder in... Ey, tamam. Okay, safe. Äh. Wo bin ich? Jojo, was schmeißt du, lan? Was zur Hölle? Salam aleikum. Und essen. Ey, mach, aber da drin, ha? Der schmeißt mir irgendetwas. Ey! Wo ist Mia? Hör mal auf zu schmeißen, lan? Es ist gut. Es ist gut. Es kommt nicht mal, wenn man sie ihm unter die Nase reinfährt. Jojo, oh, ha? Ah! Der kam halt aber nicht schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Margarit. Nicht schon wieder? Der Junge muss was essen. Nein. Er muss ja Abendessen haben. Nein. Komm her, Junge. Nein, 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 was ist das? Und jetzt, komm ich hole. Abi, nein, danke schön. Nein, 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 danke schön. Ah! Oh nein, oh nein, er isst es nicht, er isst es nicht. Halt's verdammter Maul, Margarit. Ey, KuchenTV. Ey, KuchenTV. Hör auf damit. Hör auf damit. Er isst es nicht, er isst es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Festmai sein. Das ist eklig. Komm her, Junge. Hallo? 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 Hör auf damit. Hör auf damit. Guck mal, wie der schaut. Verdammt nochmal. Wer bist du drin? Ähm. Yalla, beweg dich. Abla. Ach. Okay, ich habe wieder meine Hand. Schade, man kann die nicht schlagen. Alter, Bruder, ich bin am Arsch, ja. Ich bin komplett am Arsch, Digga. Ich habe keine Knarre, oder? Nein, ich habe gar nichts. Okay, ich muss da rein. Das habe ich schon verstanden. Alles gut, alles gut. Alles gut. Der läuft tatsächlich. Ey, mein Herz kann das alles nicht. Kommt der? Okay, alles gut. So, dann bleiben wir einfach ganz gechillt. Ich habe eine Krim. Ich dachte, du könntest... Mach Tür zu! Mach Tür zu! Der macht Tür auf, Yaselami. Alles gut. Alles gut. Oma ist weg. Der hat Oma getötet. wassalamu alaikum ooooh haaa tamam tamam a Screen Da ist pedal Hat er mich auch einander genommen das musst Du schon besser machen Alles gut, ich hab dich gedocht. Alles gut, ich hab dich gedocht. Renn, Murug, renn. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ey, ich kann das alles. Wie, Murug, wie? Wie so schnell? 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 Mach dir zu. Mach dir zu. Komm her. Komm her. Bitte mach dir zu. Mach auf. Mach auf. Jemand ruft an. Bitte. Wer ruft an? Wer ruft an? Mein Vater hat angerufen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Mein Herz, der läuft irgendwo immer noch rum. Ey, bitte. Ey, bitte. Ey, Jungs, ich kann das nicht mehr weiterspielen. Das ist echt zu viel. Wenn ihr ein Part 2 davon sehen wollt, lasst 1.000 Likes machen, Bruder. Beim 1.000 Likes mach ich 2. Part, weil, Bruder, ich brauche echt Motivation, um das nochmal zu spielen in VR. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh.